HUSA LEUTE! Ja, willkommen zu einem kleinen neuen Video. Wir machen eine Smash-Attacke mit Smash Brothers Brawl. Wer mit dabei ist... Ihr seid zu Männer! Keine Sau, wie immer! Also das Staff ist dabei und TheTendo14 und DeWibke. DeWibke. Also Wiebke heißt sie... Heißt Neemon wie heißt sie mit... noch mal ganz genau? Neemon373 Ok, dann was? Äh, die leise mal in den Raum kommen könnte. Ich bin schon längst drin. Äh, Moment, Moment, Moment. Ich hab... die Webke. Oh, ihr nennt mich... nein! Na gut, dann bist du wieder Triebke. Triebke? Triebke. Ich geb das in den Satz einfach kloppen. Jo. Teilnahme, ja schon. Oder soll ich das wieder Game & Watch nehmen? Ja, endlich! Hab nein gemacht, ne? Nicht teilnehmen. Gut. Du musst den Sandzack retten bevor er runterfällt. Hm, das bin ich runtergefallen. Nein! Der arme Sandzack hat's überlebt. Vor allem hat den Sandzack Augen. Oh, wow. Im Kampf, ja. Ich blauze Training Stage. Ach wie schön, dass es bei mir halt nicht ruckelt, aber bei euch. Das ist doch schön. Wunderbar. Mach die ganze Sache viel einfacher. Ähm, der Kampf kann gern mal losgehen. Jaja. Und, ah, jetzt ist es los. Also endlich Brawlerei und Fratzengeballer. Juhu! Der Sack, der Sack. Oh. Impress. Zack, selber hier! Ach. Ein Geber. Ey, ey, was warst du da? Schade. Das ist richtig gut, was du machst. Oh mich nicht. Lass den Schuh. Äh, äh. Nicht gut. Ach. Hehehe. Die Scheiße hier. Ach, was ist denn los hier? Ach! Ey, was sehen denn Items an? Ich hab's doch nicht gemacht. Ich hab's doch nicht gemacht. Ohhhh. Umso besser. Wer macht denn Items an? Ich liebe Items, ist gut so. Ja, tschüss. Ne, die nächste, ich komm wieder hoch. Weißt doch ganz genau. Ja, ja. Das ist Rob, der kann alles. Der entfällt aus, der macht Schaden. Oh, 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 weg da, weg da, nein! Ja, wunderbar. Hm. Wenn ihr die Items anmacht, seid ihr schon. Ich hab sie nicht angemacht. Vollkommen unschuldig. Ach, fuck! Na klar! Fuck! Natürlich! Das war die Rache für die Items. Das war die Rache für die Items. Das war die Rache für die Items. Da. So, ja, genau. Mit wie zu tropfen, dann doch mal! Ach, ich hab' ne kleine Sau, ey. Hä, 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 hä. Aber du! Ja. Ja. Affenkopf, hä, 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 hä. Oh nein, die hatten jetzt Händen, doch. Wer doch nicht. Oh, Jakob, oh nein! Ich hab' nicht das scheiß Pillar. Das ist gut für ne Aufnahme. Oh, geil. Ja, der scheiß Hund. Ähm, was ist das eigentlich für ein Hund? Ist das ein Beagle? Ich hab' keine Ahnung. Nein, Beagle. Ich hab' nicht geschrieben. Ne, Labrador, was laber ist. Ach, doch, ich kann doch treffen. Da ist der Laikos unten. Das ist ein Labrador, Mann. Nein, nein! Ich muss ja weg! Nein, oh Gott. Äh, ich muss ja weg. Ja, äh, tschüss. Nein, nein, nein. Hier einfach mal ein Abgang. Nein! Scheiße! Scheiße! Ja, dann kann ich, wenn ich sagen wollte, keiner hat mich auch nicht. Oh, natürlich kommt der Scheiß-Stein von da aus. Das ist nichts, ey. Ja. Fang, ja. Krass! Haha, nein! Krass! Fuckin! Okay, wir machen auf jeden Fall noch mehrere Matches, nicht überhaupt, oder? Alter! Weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß für den Best of Three. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß für den Best of Three. Okay. Ich weiß nicht. Diese Katte, 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 Katte. Hallo! Könnte ich aber aufrufen? Nein! Und tschüss! Haha, wo sollst du sein! Wo sollst du sein? Wie war es versucht, das zu treffen? Ach, verlebt, ich wollte ich... Und tschüss! Nein, nein. So scheiße. Schade. Zaaack! Bäm, Leute! 50 Amonenten! Komm! 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 Muss ja schon treiben können! Ja, ganz treiben! Komm! 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 Tendo, du bist ein Arsch! Ohne nichts Scheiß, ey! So! Oh, Sandsack! Juhu! Tschüss! Haha! Wie man mit Sandsack frisst! Ah! Ich bin grad echt Schlechtester, das ist unglaublich. Der ist eigentlich gewohnt. Kann das zu Ihnen sein? Scheiß Timing. Aha! Wer ist das? Ihr macht irgendwas Böses. Oh, ach! Oh, oh! Wirklich? Kenner, ey! Aber schlippst es auch nicht. Knack auf eure Alten. Ihr braucht schon Alten zu gehen. Wie gut. Wie gut. Wie gut. Wie gut. Ich komm hier auf den Boden, ey! So! Ja, ich brauch auch Alten. Baaach! Ich hab grad richtig schlechtes Timing, das ist unglaublich. Ja, an. Nein, komm! Ah! Oh Mann! Das ist ein bödes Scheißteil! Unglaublich! Tschüss! Ah! Alter, das ist so scheiße, wenn ihr verzugt in deiner Arten diesen Katzschüss zu lenken. Ach, nein, ich nicht sterben! Das ist gleich richtig glatt, das willst du doch nicht. Ja, passt. Ja, endlich! Oh, zack. Ich bin ja leid. Oh, Shadow, was machst du? Oh, Shadow macht langsam alles. Oh, Hilfe! Und neiner, brauche bitte davon. Das war der Aufrufer. Krass! Langsam und Leck! Ja, ne? Ein Leck im Leck! Geil! Oh nein, daneben! Hier, fang! Mach dir das nicht! Mach dir das nicht! Mach dir das nicht einfach an! Oh, 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 oh! Ich muss da weg! Ich hab' da rein gesprungen! Ach so. Hier, Willi, fang! Hier, Willi, fang! Upsala! Idiot! Nee! Ah, du bist ok! Zack! Rock! Fuck! 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 Das ist schon letztes Leben! Ich darf hier nicht sterben! Nein! der neuen die Schlechter hat so schlecht und das war es vor die sich der Kommerkantor aus so gut ist der Schilderkung die dieser Bündnis gegen den Wurz wieder oder natürlich gewollt ist geil Spüre, die macht ja auch ab. Super, ne? So, der geht's fliegen. So, wer ist das? Keine Ahnung. Ist doch der. Okay, aber das nächste Mal... Ah, das ist so kacke mit dem Aufladen! Okay, das nächste Mal ohne Items. Oh, ich bin in kurzer Zeit ganz weg von der Werder. Ja, das ist ganz sinnvoll, deine Aufgabe. Wenigstens hast du mich diesmal nicht getötet. Also nicht direkt. Okay, da haben wir den ersten Sieger. Ähm, gut. Dann beenden wir die Aufnahme. Safa hat gewonnen. Ich bin letzter. Okay, also dann bis zum nächsten Match. Bis dann, tschö!